Wir sehen uns heute einige interessante Ereignisse an, die eine Sache ganz klar zeigen, bei der viele Menschen unserer heutigen Zeit ein völlig falsches Verständnis besitzen. Schauen wir erst einmal auf die berühmte Schlacht bei Leuten im Jahr 1757, in der Friedrich der Große mit einer kleinen preußischen Armee einen übermächtigen österreichischen Feind zerschlug. Hier zeige ich Ihnen, dass es eben nicht nur auf die reine Größe einer Armee ankommt, sondern primär auf Taktik und Geschick. Danach werfen wir einen Blick auf die Schlacht von Krasnibor im Zweiten Weltkrieg, wo die spanische Blaue Division weit unterlegen eine massive sowjetische Offensive abwehrte. Auch hier sehen wir, Größe allein reicht nicht aus, wenn die Entschlossenheit und der Kampfgeist stimmen. Am Ende darf auch nicht die Schlacht um Kiew aus dem Jahr 2022 fehlen. Trotz einer massiven Übermacht der russischen Armee und einer geplanten Blitzoffensive gelang es den ukrainischen Verteidigern mit Guerillataktiken und außergewöhnlichen Kampfgeist die Hauptstadt zu halten und einen entscheidenden Sieg zu erringen. Diese drei historischen Ereignisse zeigen uns eindrucksvoll, dass es im Krieg eben nicht nur auf die Größe ankommt, sondern auf Strategie, Entschlossenheit und den Willen zu siegen. In allen drei Schlachten war der Gewinner massiv unterlegen, konnte sich aber dennoch vor einer Übermacht schützen oder sie zumindest lang genug aufhalten. Doch bevor wir uns ansehen, wie sie sich schützen konnten, schauen wir uns erst einmal an, wie sie sich daheim schützen können. Schützen Sie sich und Ihre Geräte durch einen VPN-Anbieter wie Surfshark VPN. Mit Surfshark können Sie Ihre IP-Adresse per Knopfdruck verschleiern, um vortäuschen, in einem von 100 verschiedenen Ländern zu sein. Ebenfalls funktioniert das auch bei ganz vielen Webseiten, sodass Sie beispielsweise Videos und Inhalte ansehen können, die in Ihrem Land nicht verfügbar sind. Dabei verspricht Surfshark, dass keine Daten, egal in welcher Form, gespeichert werden. Falls Sie dennoch Angst haben, auf eine dubiose Seite zu gelangen, dann ist das kein Problem. Surfshark warnt vor potenziellen Gefährdungen und sperrt automatisch über eine Million bekannte schädliche Websites, Phishing-Angriffe und andere Bedrohungen. Dabei können Sie mit einem Account unbegrenzt viele Geräte schützen. Falls irgendwas einmal nicht funktionieren sollte, dann bieten Sie einen Rund-um-die-Uhr Kundenservice an, um Ihr Problem schnellstmöglich zu beheben. Ich nutze es selbst für meine Recherche, wenn ich auf russische Webseiten zugreife, um meine Sicherheit zu gewährleisten. Und natürlich auch, weil einige im europäischen Raum gesperrt wurden. Nutzen Sie den Link in der Videobeschreibung und erhalten Sie bis zu vier Monate gratis obendrauf, wenn Sie sich für eine Jahresmitgliedschaft oder darüber hinaus entscheiden. Also ausprobieren, schauen, ob es den Erwartungen gleich kommt und falls nicht, einfach die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie in Anspruch nehmen, wie Surfshark ebenfalls anbietet. Der Link und alles weitere finden sich in der Videobeschreibung. Im Jahr 1757 war Preußen von mehreren feindlichen Mächten umzingelt, darunter Österreich, Frankreich und auch Russland. Nachdem Friedrich der Große bereits in der Schlacht bei Rosbach im November 1757 ein Sieg gegen die Franzosen errungen hatte, zog er mit seinem erschöpften Truppen gegen die Österreicher, die Schlesien besetzt hatten und eine entscheidende Bedrohung darstellten. In der Nähe des kleinen Dorfes Leuthen kam es dann schließlich zur entscheidenden Schlacht zwischen 66.000 Österreichern, die der gerade einmal 35.000 Mann starken Armee des preußischen Königs entgegenstanden. Friedrich der Große erkannte, dass die österreichische Armee entlang einer langen Frontlinie aufgestellt war, die besonders an den Flanken anfällig war. Anstatt die Österreicher frontal anzugreifen, lenkte er sie durch ein täuschendes Manöver ab. Er ließ seine Truppen zunächst in Richtung der österreichischen rechten Flanke marschieren, was Prinz Karl von Österreich dazu brachte zu glauben, dass die Preußen dort einen Angriff vorbereiteten. In Wirklichkeit ließ Friedrich seine Truppen jedoch in einer schnellen Bewegung zur linken Flanke der Österreicher umschwenken. Diese Bewegung erfolgte so präzise und überraschend, dass die Österreicher auf ihrer linken Seite völlig unvorbereitet waren. Friedrich entschied sich nämlich für die schiefe Schlachtordnung. Das bedeutete, dass Friedrichs Armee zwar in einer Linie vorrückte, dafür aber einen der Flügel massiv verstärkte. Dort wird dann Druck ausgeübt, während sie die Einheiten am schwächeren Flügel versuchen aufzuhalten, aber direkte Kämpfe zu vermeiden. Dadurch hat man kaum eine Chance, innerhalb der Linie die Einheiten neu zu gruppieren, um einen Hauptangriff abzuwehren. Obwohl die Österreicher zahlenmäßig weit überlegen waren, konnten sie ihre gesamte Armee nicht rechtzeitig in die Schlacht bringen, da der preußische Angriff gezielt auf einen schmalen Frontabschnitt konzentriert war und nicht auf breite Linie. Friedrich nutzte dabei ja nicht nur die überlegende Beweglichkeit seiner Truppen, sondern auch das unwegsame Gelände zu seinem Vorteil. Die preußische Artillerie unterstützte den Angriff ebenfalls, war aber der Österreicher schon weit unterlegen. Innerhalb kurzer Zeit brach dann eben die österreichische linke Flanke zusammen und die gesamte österreichische Armee geriet in Unordnung. Friedrich setzte dann seine Infanterie und Kavallerie geschickt ein, um den Druck auf die Österreicher zu erhöhen und sie dann zurückzudrängen. Am Ende des Tages hatte Friedrich der Große einen überwältigen Sieg errungen. Die österreichischen Verluste beliefen sich auf etwa 22.000 Mann, während die Preußen nur 6.000 Soldaten verloren. Der österreichische Prinz Karl von Lothringen war dann gezwungen, sich zurückzuziehen und Schlesien war für Preußen gesichert. Dieser Sieg stärkte nicht nur die Position Friedrichs im Siebenjährigen Krieg erheblich, sondern stellte auch seine Reputation als einer der größten Feldherren der Geschichte sicher. Die Schlacht um Leuten war also nicht nur ein taktischer Erfolg, sondern auch ein psychologischer. Sie zeigte, dass eine zahlenmäßig unterlegene Armee durch geschickte Taktik und exzellente Führung eine weit größere Streitmacht schlagen konnte. Nun begeben wir uns zum Zweiten Weltkrieg. Die Schlacht von Krasnibor, die am 10. Februar 1943 stattfand, war Teil der Belagerung von Leningrad während des Zweiten Weltkrieges. Die spanische Blaue Division, die aus Freiwilligen des Franco-Regimes bestand, kämpfte auf der Seite der deutschen Wehrmacht gegen die sowjetische Rote Armee. Die spanische Blaue Division wurde nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Rahmen von Hitlers Operation Barbarossa an die Front entsandt. Die Spanier sahen es als ihre Aufgabe an, den Kommunismus zu bekämpfen, was das Franco-Regime ja politisch unterstützte, obwohl Spanien offiziell im Krieg neutral blieb. Dennoch spielte die Division eine entscheidende Rolle an der Ostfront, doch Krasnibor sollte eine ihrer härtesten Prüfungen werden. Denn im Februar 1943 startete die sowjetische Armee die Iskra-Offensive, um die Belagerung von Leningrad zu durchbrechen. Ein Ziel der Offensive war es, die deutschen Linien bei Krasnibor zu durchbrechen, wo die Blaue Division stationiert war. Die sowjetischen Streitkräfte waren überwältigend überlegen. Rund 44.000 sowjetische Soldaten, unterstützt von etwa 100 Panzern und massiven Artillerieverbänden, sollten den Angriff führen. Im Gegensatz dazu verteidigten in etwa nur 5.900 spanische Soldaten in stark befestigten Stellungen diesen Frontabschnitt. Die spanischen Truppen hatten keine Panzerunterstützung und waren auf sich alleine gestellt, da die deutsche Verstärkung zu dieser Zeit nicht rechtzeitig verfügbar war. Trotzdem bereiteten sie sich entschlossen auf die sowjetische Offensive vor und am Morgen des 10. Februar 1943 begann dann diese sowjetische Offensive mit einem intensiven Artilleriebeschuss. Rund 800 sowjetische Geschütze eröffneten das Feuer auf die spanische Stellungen bei Krasnibor und zerstörten viele der Verteidigungsanlagen der Blauen Division. Dieser stundenlange Beschuss sollte die Moral der Verteidiger brechen und den Weg für die sowjetische Infanterie und die Panzer ebnen. Als der Artilleriebeschuss endete, rückten dann die sowjetischen Truppen vor. Der Plan der Roten Armee sah einen massiven Frontdurchbruch vor, doch die Spanier wehrten sich hartnäckig. Trotz schwerer Verluste und eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten konnten die spanischen Einheiten, die auf Maschinengewehre und leichte Waffen angewiesen waren, die sowjetische Angriffe an mehreren Stellen zurückschlagen. Besonders beeindruckend war hier auch der Einsatz von improvisierten Verteidigungstaktiken und Nahkämpfen, um die sowjetischen Panzervorstöße zu stoppen. Denn schließlich hatten die Spanier keine schweren Waffen und mussten auf diese Art der Verteidigung zurückgreifen. Die spanische Blaue Division, obwohl zahlmäßig achtfach unterlegen, kämpfte verbissen weiter und konnte die sowjetischen Truppen an mehreren Abschnitten der Frontlinie aufhalten. Trotz der heftigen Bombardierungen und des Angriffs einer übermächtigen sowjetischen Streitmacht gelang es den Spaniern, die Sowjets zu stoppen bzw. ihren Vormarsch über Stunden zu verzögern und ihnen empfindliche Verluste zuzufügen. Die hartknäckige Verteidigung und die Disziplin der spanischen Truppen sorgten dann dafür, dass die sowjetischen Angreifer deutlich langsamer vorankamen als geplant. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag an und obwohl die spanischen Verluste ebenfalls enorm waren, hielten viele Verteidigungsstellungen länger als man erwartet hatte. Dies war besonders wichtig, da der deutsche Wehrmacht zeitverschaffte Verstärkungen zu mobilisieren und die sowjetischen Offensiven an anderen Frontabschnitten zu stoppen. Am Ende des Tages hatten die spanischen Verteidiger schwere Verluste erlitten. Rund 3.600 Soldaten der Blauen Division waren tot oder verwundet. Doch der sowjetische Vorstoß hatte ebenfalls einen sehr hohen Preis. Schätzungen zufolge verloren die Sowjets etwa 20.000 Soldaten bei ihrem Vormarsch, die spanischen Linien zu durchbrechen. Zwar konnten die sowjetischen Truppen die Schlacht am Ende für sich gewinnen und auch Teile von Krasnibor einnehmen, doch ihr Ziel, einen vollständigen Durchbruch zu erzwingen, wurde nicht erreicht, obwohl es sich hier nur um einen sehr zahlenmäßig unterliegenden Verteidiger handelte. Die Schlacht bei Kiew ist eine der bedeutendsten Schlachten im Ukraine-Krieg, der mit einer groß angelegten russischen Invasion am 24. Februar 2022 begann. Russland hatte das Ziel, die ukrainische Hauptstadt Kiew schnell einzunehmen, um die politische Führung der Ukraine zu stürzen und einen Regimewechsel zu erzwingen. Dabei ging es gar nicht um die militärische Kontrolle, sondern eher um die symbolische Macht, diese Stadt zu erobern, denn die Eroberung der Hauptstadt hätte den russischen Einfluss über das ganze Land zementieren können. Kiew war einfach das Hauptziel der ersten Phase des russischen Angriffs. Eine schnelle Eroberung hätte Russland strategisch und politisch gestärkt, während die Ukraine damit einen Großteil ihrer zentralen Institutionen und militärischen Führungsanlagen verloren hätte. Russland bereitete sich auf eine Blitzkrieg-ähnliche Offensive vor, die darauf abzielte, Kiew innerhalb weniger Tage zu erobern. Große Truppenkontingente rückten aus dem Norden über Belarus in die Ukraine vor. Dabei handelte es sich eben um eine massive militärische Übermacht, bei der auf jeden Ukrainer mindestens zwölf russische Soldaten folgten. Somit standen mehrere tausend russische Soldaten mit moderner Ausrüstung, einschließlich Panzern, Artillerie und Luftunterstützung im Norden der ukrainischen Hauptstadt. Die russische Armee setzte dabei auf Schnelligkeit und Überraschung. Sie marschierten auf mehreren Achsen gleichzeitig in Richtung Kiew, darunter auch die berüchtigte 64 Kilometer lange Fahrzeugkolonne, die auf Kiew aus Richtung Osten zurollte. Die Ukraine war zu diesem Zeitpunkt zahlenmäßig deutlich unterlegen, mit einem Bruchteil der russischen Soldaten und weniger schwerer Ausrüstung. Zudem hatte Russland die Luchthoheit, was zu Beginn der Invasion eine weitere Herausforderung für die Ukraine darstellte. Angesichts der Übermacht setzte die Ukraine dann auf eine defensive Strategie, die Guerillataktiken und den Einsatz schnell produzierbarer Abwehrmaßnahmen durch die Zivilbevölkerung, beispielsweise Molotov-Cocktails kombinierte. Ein weiterer Schlüssel zur ukrainischen Verteidigung war die hervorragende Nutzung von Drohnen, insbesondere der türkischen Bayraktar-Drohnen, die russische Einheiten aufspürten und anderen Einheiten die Möglichkeit gaben, diese anzugreifen. Diese Drohnen spielten eine entscheidende Rolle bei der Zerstörung von Konvois und dem Anvisieren russischer Artilleriestellungen. Außerdem nutzten die Ukrainer das Terrain rund um Kiew, Wälder, Flüsse und Sumpfgebiete und auch eine künstliche Überflutung, um Hinterhalte zu legen und russische Truppen zu verlangsamen. Die ukrainischen Streitkräfte nutzten die Innenverteidigung der Stadt und bereiteten sich auf Straßenkämpfe vor. Freiwilligen Bataillone, Zivilisten und reguläre Truppen arbeiteten zusammen, um Barrieren zu errichten, Gebäude zu befestigen und sich auf einen zermürbenden Kampf vorzubereiten. Die schwersten Kämpfe in der Umgebung von Kiew fanden in den Vororten Irpin, Butscher und Hostemel statt. Hostemel war besonders wichtig, da dort der internationale Flughafen von Kiew liegt, der eine strategische Bedeutung für beide Seiten hatte. Gleich zu Beginn der Invasion starteten russische Luftlandetruppen ein Versuch, den Flughafen zu erobern und eine Brücke für weitere Truppen zu schlagen. Dies wurde jedoch durch hartknäckigen Widerstand der ukrainischen Truppen vereitelt. Irpin und Butscher waren zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. Die ukrainischen Streitkräfte kämpften erbittert in diesem Vorort, um den Vormarsch auf Kiew zu stoppen. Es waren Häuserkämpfe, die den russischen Truppen schwere Verluste zufügten und sie zu einem Rückzug zwang. In Butscher kam es dann später zu Berichten über massive russische Kriegsverbrechen, die die internationale Gemeinschaft schockierten. Ende März 2022, nach wochenintensiver Kämpfe, zogen sich dann die russischen Truppen aus dem Gebiet zurück. Der russische Plan, die Hauptstadt schnell zu erobern, war gescheitert. Mehrere Faktoren führten zu diesem Scheitern. Schlechte Logistik, die langen russischen Nachschubslinien waren durch die ukrainischen Angriffe auf die Kolonnen empfindlich gestört. Panzer und Fahrzeuge blieben aufgrund von Treibstoffmangel und schlechter Wartung stecken. Fehlende Luftüberlegenheit gab es ebenso. Obwohl Russland ja eine starke Luftwaffe hatte, gelang es den Ukrainern mit tragbaren Flugabwehrsystemen, wie zum Beispiel Stringer, die russische Luftwaffe in Schach zu halten. Motivation und Moral war ebenfalls einer dieser Gründe, denn die ukrainischen Soldaten waren hochmotiviert, ihr Land und ihre Hauptstadt zu verteidigen, während viele der russischen Soldaten schlecht vorbereitet und demoralisiert waren. Viele wussten gar nicht, dass sie gerade tatsächlich ins Nachbarland einmarschieren. Vielen wurde auch gesagt, dass das nur eine Übung war. Auch international hatte dieser Krieg weitreichende Folgen. Die Unterstützung des Westens für die Ukraine nahm zu, sowohl in Form von Waffenlieferungen als auch in diplomatischer und finanzieller Hinsicht. Der gescheiterte Angriff auf Kiew zwang Russland dazu, seine Strategie zu überdenken und sich auf den östlichen Teil und die südlichen Regionen der Ukraine zu konzentrieren, was den weiteren Verlauf des Krieges prägte. Ob nun Friedrich der Große in Leuten, die spanische Division bei Krasnibor oder der ukrainische Verteidiger in Kiew, alle hatten eines gemeinsam, sie standen einem scheinbar übermächtigen Feind gegenüber und bewiesen, dass wahre Stärke nicht in Zahlen, sondern im Geist und der Strategie liegt. Diese historischen Siege inspirieren uns bis heute und erinnern uns daran, dass man niemals unterschätzen sollte, was mit kluger Planung und unerschütterlichem Willen erreicht werden kann. Manchmal ist es genau das, was den Unterschied macht. Und damit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.